Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich mal in einer ganz besonderen Location und zwar im Gartencenter Leuers. Und zwar ist das in Benlo in der Niederlande. Ich habe sehr sehr viel darüber gehört und wollte mir das mal anschauen. Und hier gibt es quasi ab Ende September bis Anfang Januar eine Weihnachtsausstellung bzw. einen Weihnachtsverkauf. Und den schauen wir uns gemeinsam mal an. Wer also genau diese Weihnachtskugel oder genau diese Weihnachtsdeko sucht, ist genau richtig hier. Hier gibt es einfach alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut es euch einfach an. Es ist einfach verrückt. Das war es von mir. Ich bin raus und lasse die Bilder wirken. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020